hallo ihr lieben und herzlich willkommen zu einem neuen video und frohes neues jahr wünsche ich euch wenn ihr das seht habt ihr ja schon haben wir schon 2019 da muss ich schon überlegen aber ich glaube es geht vielen so dass man immer überlegen muss oder wir sind wie ihr seht im haus wir feiern im haus und wir schlafen im haus ich freue mich so das ist die erste nacht in unserem haus wir haben noch nie im haus geschlafen das kann man sich gar nicht vorstellen also jedenfalls nicht obwohl weil das ja schon so langsam wächst und ihr bekommt das alle mit und wir schlafen jetzt die erste nacht hier das muss ich erst mal verarbeiten ich sitze hier auf der matratze guckt mal da matratze und bett also bett decken kissen wie das halt so ist und ihr seht auch schon hinter mir ist richtig schön weiß und es ist richtig viel im haus passiert richtig richtig viel aber da soll es sich gar nicht drum drehen so ein bisschen kann ich euch ja verraten wer auf instagram ist der weiß das schon wir haben im kompletten obergeschoss den boden das tuto komplett fertig ich habe das ganze auch schon abgedreht das kommt in den nächsten videos auf meinem kanal werdet ihr dann also in den nächsten zwei videos werde ich euch da ein bisschen mitnehmen und das euch zeigen was so passiert ist was noch passiert ich überlege gerade es hat sich auch richtig viel unten im bad getan das sieht so schön aus da habe ich euch auch mitgenommen aber wie gesagt die videos existieren noch nicht die kommen erst also wenn jemand von euch neu auf den kanal dazu gestoßen ist könnt ihr gerne den kanal kostenlos abonnieren dann kriegt ihr das auf jeden fall mit und heute nehme ich euch durchs semester mit ich habe euch gefragt und ganz viele wollten das und ich bin mal gespannt ich habe so ein paar vorbereitungen getroffen die kann ich euch ja gerade mal zeigen und in den videos die jetzt folgen ist ein video dabei da müssen wir uns noch was einfallen lassen das sage ich euch also hier wir der michi der veräppelt mich immer das wisst ihr noch gar nicht das habe ich euch noch nicht erzählt da hat er mich wieder voll geprankt das gibt es nicht also wir müssen uns irgendwas mal einfallen lassen falls ihr eine gute idee habt gerne her damit wir müssen den michi auch mal pranken sagt man ja so man sagt ja gar nicht mehr veräppeln man sagt ja immer pranken ja da merkt man dass man älter wird ne der micha ist jetzt gerade unten mit den kindern und die toben und spielen ein bisschen ich werde jetzt auch gleich runter gehen wir wollen den nudelsalat machen tims lieblings nudelsalat und auch von der julia der ist ein bisschen anders da wie die anderen also ich zum beispiel ist ein apfel drin kannte ich früher nicht so aber er liebt es und die julia auch da nehme ich euch mit und dann habe ich ein paar tüten vorbereitet ich habe luftballons vorbereitet habt ihr schon gesehen da nehme ich euch jetzt auch mit und da zeige ich euch einfach was da so drin ist und dann werden wir anstoßen und ich werde euch bestimmt auch morgen früh noch ein bisschen mitnehmen es wird lustig ich habe nämlich nicht meine abschminksachen dabei habe mich voll geschminkt habe aber nichts zum abschminken also sehe ich wahrscheinlich morgen sehr sehr merkwürdig aus mit verwischter schminke irgendwie vielleicht ist mit seife weg allerdings mit seife mache ich das nicht so gerne in jeder tüte was anderes drauf drin so wir machen jetzt den nudelsalat so für das eigentliche nudelsalat rezept ich hoffe ihr hört mich gut braucht ihr jede menge nudeln wir haben uns hier für diese schleifen entschieden erbsen ein apfel eine zwiebel bisschen zitrone würstchen und salat creme nehme ich und dann habe ich noch ein bisschen mais geholt und damit das ganze aussieht wie ein schwein habe ich hier diese wurst noch die fleischwurst ach und die oliva vergessen naja da müssen wir uns irgendwie was kreatives anderes einfallen lassen ich habe mich jetzt nochmal verkrümmelt ich wollte mich nämlich nochmal bei euch ganz persönlich bedanken also ich bin wirklich sehr sehr überwältigt über eine herzlichkeit über unglaublich viel liebe und ganz ganz liebevolle worte die ihr mir immer schenkt in den kommentaren wo ich manchmal sprachlos bin manchmal auch wirklich pipi in den augen habe wirklich man mag es nicht glauben aber es ist das ist echt so ich hätte damals nie gedacht dass sowas passiert und dafür möchte ich euch einfach danken ich schätze wirklich jeden einzelnen der hier auf meinem kanal ist ich bin unglaublich dankbar über so viele menschen ich meine wann hat man das mal wann hat man mal die möglichkeit so viele menschen auf einmal also mit denen auf einmal kontakt zu haben das hat man ja nicht so alle tage und jeder mensch hat eine andere meinung und ihr geht damit sehr sehr würdevoll um also mit meiner öffentlichkeit sozusagen was ich euch alles zeige oder respektvoll geht ihr damit um und tut aber auch eure meinung sagen und ich finde dass man halt auch so voneinander lernen kann und darüber bin ich sehr sehr dankbar und ich bin auch dankbar dass ihr einfach wie ihr das ausdrückt sehr sehr respektvoll und vorsichtig und ihr achtet da wirklich drauf dass ihr mich nicht verletzt aber trotzdem ehrlich seid das ist mir auch sehr wichtig ich freue mich schon total auf 2019 mit euch und ich möchte im nächsten jahr genauso wie in diesem jahr auch inspirierend sein und ich möchte genauso authentisch bleiben wie ich es jetzt auch bin denn ich verbinde damit nicht nur eine ehrlichkeit sondern auch einfach das was ich auch in meiner familie lebe wie soll ich das erklären ich mag nicht dieses schubladen denken dass hier etwas richtig oder falsch ist oder etwas gut und etwas böse ist ich möchte auch auf meinem kanal nicht dass jemand denkt wie die das alles packt und ich schaffe das nicht so und ich bin ich jetzt eine schlechte mutter deswegen das möchte ich nicht ich möchte dass sich jeder gleich fühlt und dass sich jeder gut fühlt weil jeder ist gut nur weil er zum beispiel nicht alle leidenschaften auslebt wie ich das mache ich habe viele leidenschaften was jetzt kochen basteln und sowas angeht was natürlich als mutter gesehen ein schönes vorzeigebild ist oder wäre aber auch wenn irgendeiner nicht das als leidenschaft hat dann ist es halt so ich meine hat nicht jeder jede leidenschaft wie alle anderen oder es hat nun mal unterschiedlich und ich habe schon vor meinen kindern gerne gekocht also wer mich kennt oder meine familie meine freunde bekannte verwandte die wissen dass ich schon immer gerne gekocht habe ich habe schon immer viel gebastelt ist als mutter ganz schön dass man da kann man sich schön im licht darstellen aber wenn man das nicht mag dann finde ich ist man deshalb zum beispiel keine schlechte mutter und das möchte ich vermitteln auf meinem kanal und ich hoffe dass das auch so rüber kommt ja und das möchte ich beibehalten und das möchte ich irgendwie noch ein bisschen ausbauen mich wird ja mal interessieren was ihr euch also warum ihr meinen kanal schaut oh ja das wäre eine gute idee also schreibt mir mal warum schaut ihr meinen kanal gerne was findet ihr am schönsten kochen oder basteln oder etc oder das haus oder je nachdem und was erwartet ihr im nächsten jahr von mir oder was wünscht ihr euch ja das würde ich auch das wird das wäre wirklich schön wenn ihr mir das schreibt das würde mich echt interessieren oh was ist das für das oh cool ja leider ging die andere variante nicht jetzt haben wir das so gemacht oh das habe ich gemacht ganz alleine mit papa ich sehe es das hast du ganz alleine gemacht du hast aber eine große hand bekommen juja ne das hat der papa gemacht die sterne aber nicht das mal gucken ob es klappt darf ich mal soll ich ihn dir festhalten oh kräftig und steppte bär wir spielen verstecken drei zwei drei 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 okay Gott! Hallo, Lich! Ich glaube, der ist bestimmt hier hinten. Nee! Ich weiß es auch nicht. Hier du da rein! Lich, komm zurück! Lich, er traut sich nichts! ich glaube der ist dahinten juja dahinten weißt du was die decke oder was ist das ich habe mich noch mal verkrümmel ich wollte euch ja mal ein bisschen was sagen über meine vorsätze ich sag's euch ganz direkt und ehrlich ich habe gar nicht so viele vorsätze generell ich bin ein mensch der sehr sehr dankbar ist ich glaube dass das kommt auch rüber immer in meinen videos oder auf instagram und ich bin ein mensch der im jetzt und hier lebt also ich lebe mein leben so wie es leben will da gibt es gar nichts groß wo ich sage ich bin nicht so ich will das ändern dann mache ich das am nächsten tag ich habe zum beispiel auch den vorsatz jeder tag ist ein neuer anfang und das also wenn ich irgendwas habe was mich stört dann versuche ich das am nächsten tag schon besser zu machen und zu reflektieren dann die tage drauf und deswegen bin ich wirklich gar nicht so der klassische vorsatz typ das tut mir total leid weil ganz ganz viele danach gefragt haben aber ich habe mir gedacht ich rede trotzdem mal kurz darüber vielleicht ist das für euch auch eine inspiration dass man jeden tag als anfang sieht und im jetzt und hier lebt und den moment genießt ja das mache ich so gerne und ganz oft passiert es natürlich dass ich das auch nicht mache deswegen tue ich mir ganz bewusst sagen so jetzt nehme ich mir zeit und genieße den moment mit meinen kindern oder ich genieße den moment mit meinen kindern oder ich genieße den moment mit meinen kindern oder ich genieße den moment mit meinen kindern und ich genieße das ist natürlich nicht so gut mit der Natur. Das mache ich immer ganz bewusst. Ja. Eine Tüte und ein Luftballon. Ich habe Luftballon. Jetzt gucken wir mal in die Tüte, was drin ist. Ich weiß. Ja. Okay, das hat man auch schon gesagt. Was ist da drin? Was ist das? Was ist das? Können wir Bilder machen? Guck mal. Ich nehme mal ein Schnurrbord. Ich nehme auch einen. Der steht mir aber gut. Warte die Nase durch. Richtig gut auf den Boden. Keiner. Kriegt euch eine eigene von Papa. Acht, sieben, sechs, fünf, vier, drei, zwei, eins. Wunder jetzt. Wunder jetzt. Hah! Woh! 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 Julia! Julia! Guten Morgen, ihr Lieben! Wir haben so schön geschlafen. Es war so, so, so toll. Wir waren alle in einem Raum, weil wir die Rollladen in den Kinderzimmern nicht so schnell hinbekommen haben. Und bevor das dann früh so hell wird und die Kinder so früh wach werden, haben wir alle in einem Raum geschlafen. Und wer weiß, ob es überhaupt geklappt hätte, dass die alleine geschlafen hätten. Sorry, ich habe hier noch Make-up und alles im Gesicht. Weil, ihr wisst ja, ich habe kein Abschwingzeug. Ich hoffe, dass euch das Video gefallen hat. Es war so wunderschön. Die erste Nacht, es war wirklich die erste Nacht in unserem Haus. Unglaublich, ja. Falls jemand neu auf den Kanal dazugestoßen ist, dann könnt ihr gerne hier oben schauen. Da habe ich einen Button gesetzt, da könnt ihr den Kanal abonnieren. Und ich schmeiße euch hier unten noch zwei Videos rein zum Durchstöpern. Und ich wünsche euch ein schönes neues Jahr 2019 und wir sehen uns im nächsten Video. Tschüss. 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 drawing